Hallo und herzlich willkommen zum letzten der 10 Tipps für eine gesunde vegane Ernährungsweise aus dem Vegan-Klischi-RD-Kochbuch gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Sebastian Kubin. Wie der Name schon suggeriert ist Vegan-Klischi-RD das Kochbuch, zwar in erster Linie ein Kochbuch, aber es enthält auch mehr als 80 Seiten der evidenzbasierten Theorie als Ergänzung zu meinem Theoriebuch Vegan-Klischi-RD. Die Ernährungstheorie im Kochbuch beinhaltet neben dem veganen Ernährungsteller samt einer Übersicht zu den 5 Hauptlebensmüllgruppen in der veganen Ernährungsweise und die Kapitel zur Warenkunde aus ernährungswissenschaftlicher Sicht zu den Themen Öle, Essige, Würz- und Süßungsmittel auch jenes Kapitel mit den 10 Tipps für eine gesunde und alltagstaugliche vegane Ernährungsweise, mit denen ich versucht habe, die Quintessenz der Ernährungswissenschaft in Bezug auf die vegane Ernährungsweise zusammenzufassen und diese leicht verständlich aufzubereiten, damit man sich möglichst einfach auf täglicher Basis im Alltag gesund vegan ernähren kann. In den letzten Wochen gingen bereits die Videos zu den ersten 9 der Instagram 10 Tipps online. Wenn man die ersten 9 Tipps noch nicht gesehen hat, dann sehr gerne die noch zum Einstieg ansehen. Im heutigen 10. Tipp geht es um das Thema der Nahrungsergänzungsmittel und der Tipp heißt keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Es geht nicht darum zu zeigen, dass man blind sämtliche Supplements einnehmen sollte, aber es geht darum zu zeigen, in welchen Lebensphasen bzw. welchen Ernährungsweisen welche Nahrungsergänzungsmittel potenziell sinnvoll sein können und dass es eben wichtig ist, keine Angst vor ihnen zu haben, sondern zu wissen, was die richtige Dosierung, die richtige Zusammensetzung und die richtige Art der Nahrungsergänzungsmittel ist. Denn dann kann man in diesem durchaus kontrovers diskutierten Thema auch gut durchblicken und kann die richtige Wahl für sich treffen. Es gibt hier ja grundsätzlich zwei Seiten. Auf der einen Seite die Anhänger der orthomolekularen Medizin, die in der Gabe von vor allem hochdosierten Nahrungsergänzungsmitteln eine vielversprechende Therapiemöglichkeit bei einer Vielzahl von Beschwerden sehen. Auf der anderen Seite lehnen Kritiker den Gebrauch von Nahrungsergänzungsmitteln für die allermeisten Personengruppen ab und beschreiben diese oft nicht nur als überflüssig, sondern sogar zum Teil als gesundheitsschädlich. Ohne Frage, wie so oft in der Ernährungswissenschaft ist dieses Thema viel zu komplex und vielschichtig, um generalisierende, vereinfachte Antworten zu geben. Man kann nicht vereinfacht sagen Ja oder Nein oder gut oder schlecht zum Thema der Nahrungsergänzungsmittel, sondern man muss deutlich mehr differenzieren. Eine Sache kann man festhalten. Der Konsens vieler Veröffentlichungen lautet, dass für die Gabe von isolierten Nährstoffen über die allgemeinen Zufuhrempfehlungen hinaus bis zum heutigen Tag keine durchgängigen validen wissenschaftlichen Beweise für deren Wirksamkeit erbracht werden konnten und im Gegenteil sogar manche isolierten Nährstoffe im Übermaß potenziell gesundheitsschädlich wirken können. Darüber hinaus ist es für viele Menschen schwierig, in der Flut an schlecht reglementierten Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt gute von weniger guten Präparaten unterscheiden zu können. Aufgrund dieser mangelnden Reglementierung von staatlicher Seite befinden sich immer wieder sowohl über- als auch unterdosierte Produkte am Markt, die nicht das halten, was das Etikett verspricht. Diese Kritikpunkte an Nahrungsergänzungsmitteln vorweggenommen soll dieses Video und auch der 10. Tipp insgesamt ein Plädoyer für den verantwortungsvollen Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln sein. Es geht dabei nämlich gar nicht darum, Megadosen an Nährstoffen zu geben, die ein Vielfaches der Tageszufuhr-Empfehlungen sind, sondern es geht darum, eben die Zufuhr-Empfehlung der Fachgesellschaften in unterschiedlichen Ernährungsweisen zu erreichen. Denn wie Untersuchungen zeigen, ist das gar nicht immer der Fall und auch in einer fleischbetonten Ernährungsweise gibt es eine ganze Reihe an Nährstoffen, die bei der Allgemeinbevölkerung oft zu kurz kommen. So zeigte die Nationale Verzehrstudie 2 zum Beispiel, dass auch Mischköstler in Bezug auf einige Nährstoffe potenziell zu kurz kommen können, worüber wir auch einen eigenen Instagram-Beitrag mit mehr Details gemacht haben. Diese Grafik zeigt, dass ein sehr großer Teil der westlichen mischköstlichen Bevölkerung ohne die Zugabe von Jod durch Jodzalt starke Mängel an Jod hätte. Außerdem, dass die Vitamin-D-Versorgung bei den allermeisten Menschen in Deutschland suboptimal ist und dass auch sehr viele Menschen in Deutschland zu wenig Folat, also Vitamin B9, über die Nahrung zuführen. Aber auch andere Nährstoffe, wie beispielsweise Vitamin E, werden bei etwa der Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht ausreichend zugeführt. Auch die hier gezeigte Abbildung aus dem Vegan-Klischee-Die-Kochbuch zeichnet ein ähnliches Bild. Sie illustriert die Ergebnisse aus zwei vergleichen Untersuchungen zwischen vegan, vegetarisch und mischköstlich essenden Personen aus der Schweiz und England und zeigt dabei, dass es in jeder der drei Ernährungsweisen im Durchschnitt Unzulänglichkeiten gleich an mehreren Stellen gab und dass alle drei Gruppen ihre Ernährung an manchen Stellen optimieren könnten. Wie die Grafik zeigt, waren die Mängel in Bezug auf Eisen, Vitamin C, Vitamin B7, Vitamin B9 und Vitamin E in der mischköstlichen Gruppe am stärksten ausgeprägt. Bei den Vegetariern waren es hingegen Magnesium, Selen, Vitamin B3, Vitamin B5 und das Vitamin B6. In der Gruppe der Veganer waren die Unzulänglichkeiten vor allem in Bezug auf Zink, Calcium, Vitamin B2, Vitamin B12, Vitamin A und Protein am stärksten ausgeprägt. Jod hingegen war in allen drei Gruppen mit über 60% an mangelversorgten Personen der potenziell kritischste Nährstoff trotz der Jodsalzprophylaxe. Auf der anderen Seite Vitamin B1, das Termin war in keiner einzigen der drei Gruppen zum relevanten Teil mangelhaft. Unterschiedliche Ernährungsweisen haben also in Bezug auf die Nährstoffbedarfsdeckung unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Schwächen und die sollte man kennen und die kritischen Nährstoffe sollte man in der jeweiligen Ernährungsweise decken. Das ist im Alltag oft leichter gesagt als getan, denn zum einen wissen viele Personen schlichtweg nicht, welche Nährstoffe für ihren Organismus potenziell überlebensnotwendig sind und über welche Lebensmittel man die zuführen kann und zum anderen erschwert auch das aktuelle Lebensmittelangebot eine leichte Nährstoffbedarfsdeckung beträchtlich. Soll heißen, zum einen beginnt schon am Acker, wo die Produktionsmethoden suboptimal sind und nicht auf die Nährstoffdichte konzentriert sind, sondern auf Aussehen, Haltbarkeit, Geschmack und weiteres. Dann im weiteren Verlauf der Lebensmittelproduktion geht es weiterhin um Geschmack, Aussehen und Haltbarkeit und nicht unbedingt um Nährstoffdichte und so findet eine suboptimale Lebensmittelverarbeitung statt. Dann, wenn das Lebensmittel verarbeitet ist, könnte man durch eine zielgerichtete Anreicherung mit gewissen Nährstoffen noch den Nährwert des Lebensmittels retten, aber leider gibt es in Deutschland auch nur eine unzureichernde Anreicherung im Gegensatz zu anderen Ländern. Das heißt, das fehlende Wissen in Kombination mit den suboptimalen Produktions- und Verarbeitungsmethoden ist dafür verantwortlich, dass in zahlreichen Ernährungsweisen die Nährstoffbedarfsdeckung nicht optimal erfolgt. Und da wäre entweder die Anreicherung von Lebensmitteln oder bis es soweit ist, die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln ein einfacher, gut erforschter Weg, um genau diese Lücken zu füllen. Wenn man ein gut dosiertes Nahrungsergänzungsmittel hat, das die richtigen Verbindungen und insgesamt die richtigen Nährstoffe enthält, dann kann das zur Nährstoffbedarfsdeckung bestens geeignet sein. Denn dem Körper ist es potenziell egal, woher die Nährstoffe kommen, die er braucht. Ob die jetzt aus einem tierischen Produkt, aus einem pflanzlichen Produkt kommen oder synthetisch hergestellt sind und in Form von Nahrungsergänzungsmitteln kommen. Wichtig ist nur, dass die Nährstoffe in der richtigen Dosis, in der richtigen Art kommen. Dann kann der Körper sie optimal verwerten, wenn natürlich alle Nährstoffe in Summe vorhanden sind und nicht irgendwas fehlt. Und das heißt, dieser Interventionen, die Anreicherung oder die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln, wäre eine wichtige Intervention, um Nährstofflücken in der Bevölkerung zu füllen und somit eine bessere Nährstoffbedarfsdeckung sicherzustellen. In Ländern wie den USA und Kanada ist eine Anreicherung von Lebensmitteln wie Weißmehlen, Pflanzendrinks und weiteren deutlich weiter verbreitet, als es in Deutschland der Fall ist. Manche Länder wie Finnland legen darüber hinaus sogar einen gesonderten Schwerpunkt auf die Anreicherung ihrer Böden mit Mineralien wie zum Beispiel Selen, um so die Bedarfsdeckung der Bevölkerung durch selenreiche heimische Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Gemüse zu gewährleisten. Länder wie Kanada hingegen haben in Bezug auf Selen von Haus aus bereits deutlich selenreichere Böden im Vergleich zu Deutschland, weshalb hier keine weitere Anreicherung nötig ist. Vegan lebende Menschen in Ländern wie den USA und Kanada bekommen also über die gezielte Anreicherung genau jene potenziell kritischen Vitamine und Mineralstoffe, die in Deutschland in einer veganen Ernährungsweise, wenn sie nicht gut geplant ist, oftmals zu gering vorkommen und somit müssen diese Personen sich in anderen Ländern oft viel weniger Gedanken machen über eine optimale Nährstoffzusammensetzung, denn ihre Grundnahrungsmittel sind angereichert. In Deutschland ist das nicht der Fall und auch in Bezug auf die Bodenqualität finden wir in deutschen, österreichischen und Schweizer Böden oft deutlich geringere Mengen an Selen und damit auch deutlich geringere Konsultationen an Selen in veganen Grundnahrungsmitteln wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten und Gemüsen. Und von daher wäre diese gezielte Anreicherung und insgesamt einfach ein besseres Produktionssystem ebenso wie mehr Verantwortungsbewusstsein auf Seiten der Konsumenten in Bezug auf die Nährstoffbedarfsdeckung. Das wären zwei wichtige Interventionen, damit wir sowohl auf Produzenten als auch auf Konsumentenseite in Richtung der optimalen Nährstoffbedarfsdeckung gehen können. Untersuchungen zeigen nämlich, dass die deutsche Bevölkerung zum Beispiel auf die Anreicherung von Äpfeln mit Selen durchaus positiv reagieren würden und das eine sinnvolle Intervention wäre. Im Zuge dessen wenden dann oft viele Menschen als Kritikpunkt ein, dass die Anreicherung von Lebensmitteln doch unnatürlich wäre und man viel lieber eine naturbelassene Ernährungsweise praktizieren sollte. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Lebensweise des modernen Menschen heute kaum weiter von einer Natürlichkeit entfernt sein könnte. Auch hier ist die Frage, wie definiert man Natürlichkeit per se? Aber insgesamt können wir sehen, die Natürlichkeit einer Sache war und ist noch nie ein Argument für oder gegen etwas. Die richtige Frage sollte in Bezug auf unsere Ernährungsweise lauten, ist sie gut oder schlecht, gesundheitlich, ethisch und ökologisch und ist sie eben am Ende des Tages gesundheitsförderlich oder gesundheitlich abträglich? Und wenn etwas gesundheitlich zuträglich ist, dann ist die Quelle oder die Natürlichkeit auch völlig egal. Und wenn wir an die klassische mischköstliche Ernährungsweise denken, die oft als natürlicher angesehen wird, dann sehen wir mal, dass über 90% des Fleisches in Deutschland aus industrieller Massentierhaltung kommen und dieses Fleisch dort unter unnatürlichen Haltungsbedingungen produziert wird und dort ja auch das Futtermittel der Tiere angereichert wird und so viele mischköstlich essende Menschen einfach über den Umweg des Tieres supplementieren, was definitiv keine natürlichere Art und Weise der Nährstoffaufnahme ist. Es ist nur weniger offensichtlich, dass man supplementiert im Vergleich zu einer pflanzlichen Ernährungsweise, wenn man dann ein Vitamin wie Vitamin B12 direkt supplementiert. Daher wäre es nur folgerichtig, auch in der veganen Ernährungsweise gezielter anzureichern, denn genau das machen wir in der Mischkost ja auch. Dort reichern wir das Futtermittel der Tiere an, sodass sich im Laufe der Nahrungskette jene Nährstoffe aus dem Futtermittel akkumulieren oder man kennt es ja auch beim Beispiel mit dem Fisch und den Omega-3-Fertsäuren. Jenes Omega-3, das EPA und das DHA, die Eicosapentaensäure und die Dokosaexaensäure, die kommen ursprünglich aus der Mikroalge und aus marinen Pilzen und gelangen ebenfalls nur über die Nahrungskette dann rauf bis zum Lachs, den wir dann essen. Und wir können den Mittelfisch, die Mittelkuh, das Mittelschwein ganz einfach rausstreichen und die Nährstoffe jeweils direkt aus der Primärquelle zuführen. Und das ist zum Teil auch die Empfehlung von zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und auch Institutionen, die eine breitenflächigere Anreichung der Lebensmittel und oder eine direktere Supplementierung über Single-Präparate oder Multinährstoff-Präparate auch für die mischköstliche Bevölkerung empfehlen und im selben Maße, wenn nicht noch strenger, gilt es auch für die vegane, rein pflanzliche Ernährungsweise, wo eben keine Anreichung des Futtermittels stattfindet und daher noch mehr auf die Nahrungsergänzungsmittel oder die angereiten Lebensmittel geachtet werden sollte. So heißt es in einer Veröffentlichung, dass aufgrund suboptimaler Kostzusammenstellung die meisten Personen in westlichen Ländern keine adäquate Nährstoffversorgung aufweisen und es daher vernünftig wäre, dass alle erwachsenen Personen diese Nährstoffe einfach als Supplement zuführen. Die größte Ernährungsfachgesellschaft weltweit, die Academy of Nutrition and Dietetics, schreibt in Bezug auf Nährstoffpräparate, vor allem mit Fokus auf Multinährstoffpräparate ebenfalls, dass diese bei regelmäßiger Anwendung und bei guter Zusammenstellung die Nährstoffzufuhr deutlich erhöhen können und so insgesamt zu einer besseren Nährstoffbedarfsdeckung führen. Das sogenannte Center of Aging der Tufts University empfiehlt im Rahmen ihrer Ernährungspyramide zumindest für ältere Menschen ebenfalls eine gezielte Nährstoffsupplementierung. Auch das Department of Nutrition der Harvard University empfiehlt vor allem Multinährstoffpräparate als Sicherheitspolize, um im Rahmen einer insgesamten gesunden Ernährungsweise den Nährstoffbedarf sicherzustellen. Welche Nährstoffe im konkreten Fall zugeführt werden sollen hängt natürlich in erster Linie von der jeweiligen Ernährungsweise und der konkreten Speiseplanzusammenstellung ab, aber auch von der individuell unterschiedlichen Konvertierungsrate von gewissen Nährstoffen und auch von der Absorptionsrate, die im Laufe des Lebens ebenfalls schwanken kann. In Bezug auf die vegane Ernährungsweise nennt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung insgesamt 10 Nährstoffe, die zumindest bei suboptimal zusammengestellter Veganer kostkritisch sein können. Dazu zählen Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin D, Eisen, Zink, Calcium, Jozelen, langkettige Omega-3-Försäuren, also EPA und DHA, sowie Protein beziehungsweise kritische Aminosäuren, vor allem Lysin. Selbstverständlich müssen nicht all diese genannten Nährstoffe immer supplementiert werden. Es kommt ja auf die individuelle Zusammenstellung der Kost an, aber vor allem in Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in anderen, wo eben keine optimale Anreicherung und oder optimale Produktion der Lebensmittel stattfindet, kann es sinnvoll sein, einen oder in vielen Fällen auch mehrere dieser Nährstoffe über Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen, solange bis diese Nährstofflücken einfach über andere Wege über Nahrungsmittel geschlossen werden können. Bis dahin sind Nahrungsergänzungsmittel hier ein guter Vorstand, sicherer und günstiger Weg. Wenn man noch mehr über die einzelnen potenziell kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährungsweise erfahren möchte, dann kann man zum Einstieg unsere dreiteilige Videoreihe namens Diese Nährstoffe sind bei veganer Ernährungsweise wirklich kritisch ansehen und darüber hinaus haben wir zu jedem einzelnen der 10 potenziell kritischen Nährstoffe gleich mehrere Videos auf YouTube veröffentlicht, in denen nochmals alle Details über diese Nährstoffe und deren Bedarfsdeckung erklärt werden. Wenn man abseits der Videos noch tiefer in die Thematik einsteigen möchte, gibt es im 500-zeitigen Vegan-Klischee-D-Buch auch ein Kapitel zu jedem einzelnen kritischen Nährstoff und daher kann man da alle Details erfahren. Egal ob man sich die Videos oder die Buchkapitel durchliest, man wird aber eines feststellen. Es ist eben oft nicht nur das Vitamin B12, was man im Rahmen der veganen Ernährungsweise supplementieren sollte und ein ehrlicher Blick auf die Mischköstlin-Speisepläne zeigt ebenfalls, dass es eine Reihe an potenziell kritischen Nährstoffen gibt, die supplementiert werden sollten. Und welche Nährstoffe man dann im Einzelfall supplementiert, hängt natürlich ein Stück weit von der individuellen Speiseplan-Zusammenstellung ab, aber man kann schon generalisierend sagen, dass es gewisse Muster gibt von Nährstoffen, die in der veganen Ernährungsweise in vielen Fällen potenziell kritisch sind und die für die allermeisten Menschen sinnvoll sind. Das kann man zum einen dann über Single-Präparate sicherstellen, das heißt man nimmt für die einzelnen Nährstoffe einzelne Präparate, es spricht auf der anderen Seite auch nichts dagegen, ein gut zusammengestelltes und auf die Bedürfnisse von vegan leben Menschen zugeschnittenes Multinährstoffpräparat zu nehmen, wo man ganz einfach in einem Produkt schon mehrere von diesen potenziell kritischen Nährstoffen drin hat. Auch Dr. Walter Willett, einer der meist zitierten Epidemiologen unserer Zeit, empfiehlt in seinen Veröffentlichungen neben einer ausgewogenen Ernährungsweise ebenfalls ein Multinährstoffpräparat als Sicherheitsnetz, um eine Grundversorgung an den essentiellen Nährstoffen sicherzustellen. Die Datenlage zeigt, dass sowohl in Bezug auf Single als auch auf Multinährstoffpräparate keine Gefahr von diesen Präparaten ausgeht, sofern diese gut zusammengestellt sind, die richtige Dosierung haben und frei von jeglichen Schadstoffbelastungen sind. Und auf der anderen Seite können die aber einen wichtigen Teil zu der Nährstoffbedarfsdeckung beitragen und können wichtige Nährstofflücken schließen. Die Kosten-Nutzen-Abwägung zeigt deutlich, dass Multinährstoffpräparate auch mit 10 oder mehr Nährstoffen in physiologischen Dosierungen ein überaus geringes Risikopotenzial aufweisen und ihre langfristigen potenziellen Vorteile, ihre kaum bis gar nicht vorhandenen Nachteile bei Weitem übersteigen. Es gibt bereits jetzt eine ganze Reihe an Multinährstoffpräparaten, speziell für die Nährstoffbedürfnisse von vegan lebenden Menschen. Ein Blick auf die zeigt aber, dass die von unterschiedlicher Qualität sind, vor allem auch in Bezug auf die Zusammensetzung und nicht jedes von ihnen ist uneingeschränkt empfehlbar. Um sich hier einen besseren Überblick verschaffen zu können, habe ich in meinem kostenlosen E-Book namens Das 1x1 der veganen Ernährung eine ausführliche Tabelle erstellt, die im Detail die Nährstoffauswahl, die Dosishöhe, die Nährstoffverbindung sowie den Preis pro Tagesdosis der jeweiligen Multinährstoffpräparate zeigt, die man mit dem Fokus auf vegan lebende Menschen hier in Deutschland kaufen kann. Eine ähnliche Vergleichende Tabelle gibt es im E-Book auch in Bezug auf die unterschiedlichen Mikroalgenöle als Quelle für die langkältigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, sowohl in Bezug auf Kapselpräparate als auch offene Mikroalgenöle. Ein Blick in die Tabelle zeigt, dass die zum Teil sehr unterschiedlich zusammengestellt sind, dass es sehr unterschiedliche Dosierungshöhen gibt und manche Nährstoffpräparate sehr viele Nährstoffe enthalten, zum Teil auch welche, die gar nicht notwendig sind. Auf der anderen Seite manche Präparate aber auch gewisse Nährstoffe, die wichtig wären, nicht oder nicht in ausreichender Menge enthalten. Weil insgesamt eben bis dato kein Präparat am Markt war, das ich uneingeschränkt empfehlen konnte, hat das auch damals die Vorlage geliefert für meine SEP-Arbeit im Rahmen meines Masterstudiums der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, als ich mir ein Thema aussuchen konnte und ich mich damals dafür entschieden habe, das Thema der Nährstoffbedarfsteckung bei veganer Ernährungsweise zu behandeln und zu zeigen, wie ein optimal zusammengestelltes Multinährstoffpräparat für vegan lebende Menschen aussehen könnte. Aus dieser 50-seitigen SEP-Arbeit ist dann ein Konzept für ein Multinährstoffpräparat hervorgegangen, das ich natürlich dann auch im Laden sehen wollte, denn ich wollte es ja auch einfach selber nehmen und mir damit meine eigene Nährstoffbedarfsteckung erleichtern. Deswegen hat sie damals mit dem Geschäftsführer und Gründer von VivoLive Josh gesprochen und meinte zu ihm, ob er nicht Interesse hätte, genau ein Präparat nach diesen Vorgaben zu machen. Das hat er gemacht. Durch Corona hat sich einiges verzögert, aber am 30. Oktober kommt dieses Multinährstoffpräparat bei VivoLive raus, das nach meinen Vorgaben zusammengestellt ist. Wenn man mehr über die Zusammensetzung und die Hintergründe dessen erfahren möchte, dann kann man das kostenlos im 100-seitigen E-Book zu dem Multinährstoffpräparat auf Basis meiner SEP-Arbeit machen. Das kann man sich auf meiner Webseite gratis downloaden und kann dort sämtliche Begründungen nachlesen, warum die einzelnen Nährstoffe in der jeweiligen Dosierung gewählt wurden. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Wenn eine Person Ernährungsratschläge erteilt in Bezug auf die Supplementierung beispielsweise und ein Präparat konzipiert hat, das sie dann empfiehlt, liegt es natürlich nahe, dass hier Sekundärinteressen im Spiel sind, die eine objektive Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt verhindern. Genau dieses Problem und diese Sekundärinteressen, dieser Conflict of Interest, deutschen Interessenskonflikt, war auch der Grund dafür, dass ich A seit April nicht mehr bei Vivo als Ambassador tätig bin, also keine monatlichen Zuwendungen mehr bekomme und auch darauf verzichtet habe, direkt an den Umsätzen des Multinährstoffpräparats beteiligt zu sein, sodass meine Empfehlung für dieses Multinährstoffpräparat ganz einfach darauf beruht, dass es nach meinem Verständnis der Datenlage das bis dato umfangreichste, am besten zusammengestellte und dosierte Präparat am Markt ist. Wenn man mich und meine Arbeit dennoch freiwillig unterstützen möchte, gibt es die Möglichkeit, einen der Affiliate-Links sowohl auf meiner Webseite oder im E-Book zu verwenden, um jegliches der Multinährstoffpräparate zu bestellen und wenn man möchte, dann den Affiliate-Link zu verwenden und dann bekomme ich auch eine Provision davon, ohne dass das Präparat den Konsumenten, den Käufer mehr kostet. Wenn man das Vivo-Supplement bestellen möchte, was nach meiner Rezeptur gemacht wurde, gibt es den Rabattcode NICOMULTI15. Mit dem bekommt die Person, die ihn verwendet, 15% Rabatt auf das Multinährstoffpräparat, einmalig auf die erste Bestellung, man kann aber auch mehrere bestellen und ich bekomme ebenfalls im Gegenzug eine Provision. Diese Herangehensweise stellt aus meiner Sicht den besten Mittelweg dar, um auf der einen Seite weiterhin ohne Interessenskonflikte Ernährungsempfehlungen oder eben auch Nährstoffempfehlungen aussprechen zu können und trotzdem Aufwendungen wie mein Bachelor- und Masterstudium, die Studiengebühren, die Miete, die Aufwendungen für die Erstellung all der Materialien und eben nicht nur meine persönliche Zeit, sondern auch all die Menschen, die daran mitarbeiten, entsprechend entlohnen zu können und trotzdem weiterhin keine Interessenskonflikte zu haben, weil egal ob man mein Multinährstoffpräparat, was ich für Vivo konzipiert habe, mit dem Rabattcode nimmt oder ob man eines der Multis über den Affiliate-Link nimmt oder auch eines der Single-Präparate am Ende des Tages, wenn man mich unterstützen möchte, kann man das tun. Wenn man es nicht möchte, kann man sich die Präparate auch ohne Rabattcodes oder die Affiliate-Links holen und dabei komme ich keinen Sender ran. Das heißt, ich denke, das wäre insgesamt der beste Weg und so würde ich es mir auch von den meisten Ernährungsfachkräften wünschen, denn alles andere verursacht einfach einen zu starken Interessenskonflikt. Das Erscheinungsdatum hat sich aufgrund der ausgiebigen Labortests und auch aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verzögert, aber wie gesagt, ab dem 30. Oktober kann man das Präparat direkt über den Vivo-Shop bestellen. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass Nahrungsergänzungsmittel ohne Frage nicht der Heilsbringer sind, zu dem sie oft ernannt werden, aber, und das ist wichtig zu verstehen, wenn sie richtig dosiert, frei von Schadstoffen und gut kontrolliert sind, dann können sie wichtige Nährstofflücken schließen und können so Menschen, die sich insgesamt gesund ernähren, die Sicherheit geben, dass wichtige Nährstofflücken geschlossen werden, ohne dass sie auf täglicher Basis gewisse Lebensmittel unbedingt konsumieren müssen. Und natürlich, wie der Name Nahrungsergänzungsmittel schon sagt, sind sie kein Ersatz für eine gesunde, ausgewogene Ernährungsweise, sondern sie sind eine Ergänzung zu genau dieser ausgewogenen Ernährungsweise, aber eben in vielen Fällen ein sehr wichtiger Zusatz, vor allem bis zu dem Zeitpunkt, wo die Lebensmittelproduktion optimiert auf die Nährstoffbedürfnisse der Menschen ist. Die beiden kostenlosen E-Books, also das 100-seitige E-Book zum Multinährstoffkomplex bei Vivo, ebenso wie das 150-seitige E-Book zum Thema Das 1x1 der veganen Ernährungsweise, gibt es auf meiner Webseite zum kostenlosen Download und die Links hierzu findet man in der Videobeschreibung. Noch mehr Informationen rund um das Thema der veganen Ernährungsweise allgemein gibt es im Vegan-Klischerd-Theoriebuch und ergänzende Ernährungsinformationen samt jeder Menge Rezepte gibt es im Vegan-Klischerd-Kochbuch mit dem Sebastian Kubin, aus dem auch diese 10 Tipps für die gesunde, vegane Ernährungsweise stammen. Wenn man eines der beiden Bücher besitzt und Gefallen daran gefunden hat, würde ich mich sehr freuen, wenn man bitte auch eine Bewertung zu Ihnen auf Plattformen wie Goodreads, Amazon oder dem Thalia-Onlineshop abgeben könnte. Weiterhin erscheint regelmäßig jede Woche am Mittwoch um 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Von daher, wenn man den Kanal noch nicht abonniert hat, dann sehr gerne das noch tun und die Benachrichtung aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Das war's von mir in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.